Was geht ab Leute, mein Name ist Marm, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch ein paar Infos über Black Friday mitgeben. Ich habe es letztes Jahr auch gemacht, letztes Jahr habe ich eigentlich vieles über Black Friday erzählt und gemacht. Ich habe einen Shopping-Vlog gedreht und auch so ein Informationsvideo. Und dieses Jahr mache ich es wieder, morgen ist Black Friday, dieses Video kommt am Donnerstag online. Von mir aus ist es heute Mittwoch und ich habe in den letzten paar Tagen Informationen rausgesucht. Ich war bei Läden und habe danach gefragt, wie es beim Black Friday bei denen aussehen wird. Ich habe sogar ein paar E-Mails versendet, habe da paar Antworten noch zurückbekommen. Und ich habe, finde ich, ein sehr informationsreiches Video für einige Zuschauer am Start. Also für die, die an Black Friday sparen wollen, hier kriegt ihr auf jeden Fall gute Informationen. Und ich würde mal direkt starten mit den ersten Infos, die ich habe. Und zwar bezüglich zu Sneaker-Geschäften. Ich war zum Beispiel bei Snipes und habe danach gefragt, ey, was für einen Sale werdet ihr haben? Und da wurde mir vom Filialleiter bestätigt, dass sie in Snipes eine Rabattaktion haben werden. Und zwar 25% auf jeden Sneaker und auf jeden Artikel im Laden ausgeschlossen sind halt irgendwelche Hype-Schuhe, wie zum Beispiel Yeezys oder Einzeljohns, die irgendwie selten sind. Ich bezweifle zwar, dass Snipes so selten eine Schuhe am Start hat, aber falls sie es haben, sind diese Schuhe auf jeden Fall ausgeschlossen von diesen Aktionen. So wie eigentlich auch bei Footlocker. Footlocker hat da so eine ähnliche Aktion. Und zwar die haben, glaube ich, 20% auf alles, was sie da anbieten. Außer halt Yeezys und bestimmte 1er Jordan. So, kommen wir zu Designer-Sneaker. Ja, viele stellen sich immer die Frage, ey, wo kriege ich am Black Friday Designer-Sneaker? Und ich kann da einfach Erfahrungen sprechen. Letztes Jahr war ich in Hamburg in einer Filiale, die Budapest da hieß. Und dort werden diverse Marken wie Balenciaga, Givenchy, D-Squirt, was auch immer. Also sehr viele Designer-Sneaker angeboten. Und dort habe ich, finde ich, einen sehr geilen Stil gemacht. Und zwar habe ich einen Balenciaga Arena, der damals 450 Euro gekostet hat, für 360 Euro bekommen. Also fast 100 Euro günstiger, was, finde ich, ein richtig geiles Angebot war. Das war genau dieser Schuh hier. Ich weiß es noch ganz genau. Im Black Friday-Vlog hatte ich mir den auch gekauft. Das war auf jeden Fall ein geiles Angebot. Ich habe mich da wirklich drüber gefreut, dass ich mir den Schuh gekauft habe. Aus dem Grund, weil der gar nicht mehr produziert wird. Und ich finde, das ist halt auch ein guter Winterschuh. Also den kann man auf jeden Fall auch gut im Winter tragen. Budapest da hat auch eine Internetseite. Also dort könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Die werden dort bestimmt auch gute Sales anbieten. Und ja, so viel zu den Sneakern. Online werdet ihr auf jeden Fall auffündig. Also für die, die irgendwie am Black Friday arbeiten oder keine Zeit haben, irgendwie in den Läden reinzuschauen. Auf den Internetseiten gibt es auf jeden Fall auch sehr viele Rabatte bei Snipes und anderen bei Footlocker. Am besten würde ich immer noch sagen, ist Amazon. Amazon bietet, glaube ich, die besten Sales an. Also dort könnt ihr wirklich sehr viel sparen. Allgemein auch sehr, sehr viele Artikel bei Amazon. Also mein Tipp auf jeden Fall an euch, stellt euch so eine Wishlist auf Amazon zusammen. Und schaut einfach mal nach online, was da alles am Start ist. Vielleicht gibt es ja auch die einen oder anderen Artikel auf anderen Online-Seiten, die viel günstiger sind. Aber Amazon ist auf jeden Fall wichtig. Wer sparen möchte, schaut auf jeden Fall bei Amazon vorbei. Kommen wir mal zu den Kleidungsstücken, Klamotten, was auch immer. Und zwar ist es bei Klamotten eigentlich einfach. Klamotten werden eigentlich fast überall reduziert sein. Also ich spreche mal aus meiner Erfahrung bei Ansonz. Ansonz hier in Hamburg kennen, denke ich mal, viele. Ansonz gibt es auch in vielen anderen Städten. Ansonz hatte letztes Jahr und vorletztes Jahr die gleiche Aktion. Und ich finde, das ist auch eine sehr geile Aktion. Und zwar waren schon Produkte sehr doll reduziert. Und man konnte trotzdem bei Kauf von zwei Produkten nochmal 50% auf den zweiten Einkauf kriegen. Also wirklich krass. Ich weiß noch, ich hatte mir vor zwei Jahren zwei Malmauerpullover gekauft. Und habe dafür den einen, glaube ich, nur 60 Euro bezahlt. Weil, was übertrieben günstig war, wenn man sich überlegt, dass ein Balmopoli 300, 400 Euro kostet. Also wirklich krass gespart. Diese Aktion hatten die schon seit zwei Jahren, wie gesagt. Und ich bin mir sicher, dass sie das auch dieses Jahr haben. Leider habe ich da keine Bestätigung oder sonst was bekommen. Ich spreche da jetzt auch nur aus Erfahrung. Checkt auf jeden Fall Ansonz ab. Da bin ich mir wirklich ganz sicher, dass die geile Sales am Start haben. Und kurze Info für die, die irgendwie außerhalb von Großstädten wohnen. Nehmt euch die Zeit und Fahrt am Black Friday wirklich in Großstädten wie Hamburg, München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, was auch immer hin. Da es in diesen Städten meistens auch die Stores gibt, die deutschlandweit bekannt sind und auch die geilsten Sales am Start haben. Also das wäre so mein Tipp an euch. Läden wie Zara, H&M, wissen wir, denke ich mal, alle. Dort werden auf jeden Fall auch geile Sales angeboten. Ich werde bei Zara, denke ich mal, einige Jeanshosen einkaufen. Deswegen, Leute, schaut auf jeden Fall auch dort vorbei. Und was auch, finde ich, wichtig ist, was zwar jetzt nicht unbedingt zu meinem Kanal gehört, aber ich es trotzdem auch erwähnen wollte. Bei Saturn. Die haben wirklich geile Aktionen am Start. Die haben so richtig geile Angebote. Die bieten Sachen an, die bis zu 80% reduziert sind. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall schon mal richtig geil. Weil ich zum Beispiel wollte mir einen neuen Fernseher kaufen, einen 65-Zoll-Fernseher für mein Zimmer. Und da habe ich mich schon informiert. Der wird auf jeden Fall günstiger. Da freue ich mich auf jeden Fall schon. Checkt auf jeden Fall auch Läden wie Saturn, Mediamarkt, Medimax, was auch immer. Also diese ganzen Elektronikläden. In dem Fall auch abchecken, Leute. Leider muss ich auch den einen oder anderen Zuschauern mit der Nachricht enttäuschen, dass viele Designerläden, eigentlich fast alle Designerläden, wie zum Beispiel Louis Vuitton, Gucci, Prada, Deutsche Germana, was auch immer, keine Sales anbieten werden, da die nicht beim Black Friday mitmachen. Und nochmal ein kleiner Tipp von mir, Leute. Wenn ihr etwas sehen solltet, was reduziert ist, aber ihr nicht euch zu 100% sicher seid, dass ihr dieses Kleidungsstück oder dieses Gerät benutzen wird, dann vertraut mir, kauft es euch einfach nicht. Nur weil etwas günstiger ist, sollte man es nicht auch unbedingt direkt kaufen. Ich meine, wenn man zum Beispiel einen Fernseher sieht, der 3.000 Euro normalerweise kostet, der aber auf 2.000 Euro reduziert ist, aber man trotzdem schon einen Fernseher besitzt und eigentlich gar nicht weiß, wohin damit, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, solche Angebote nicht anzunehmen, Leute. Weil man trotzdem irgendwo dann Geld verliert und das ist auf jeden Fall schade, wenn man das Gerät dann nicht benutzt oder das Kleidungsstück irgendwie auch nicht anzieht. Deswegen, Leute, passt auf jeden Fall auf. Seid euch genau sicher, wenn ihr euch etwas kauft. So, Leute, das war es schon mit dem Video. Ein sehr kurzes Video diesmal. Ich wollte noch einmal erwähnen, dass das alles Informationen sind, die ich von Personen bekommen habe, die bei Läden arbeiten oder auch Informationen sind, wo ich aus meiner eigenen Erfahrung spreche. Das wollte ich auf jeden Fall an der Stelle nochmal klarstellen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Black Friday. Von mir aus wird im Laufe dieser Woche noch ein Vlog online kommen von Black Friday, wie ich da shoppe, also ein Shopping-Vlog. Also seid da auf jeden Fall gespannt, Leute. Das war es von mir, Leute. Peace. Das war es von mir.